du bist doch du und herr wie kann und wir kommen zurück zum flug einfach mal aus wie den letzten bilder schon dass du nicht erst wenn man den gegner gekillt hat können wir wieder verschwenden okay warum ich habe gesagt bleibt hier stehen ich bin so gut war an du 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 reagierst nicht obwohl ich ihn was wartet und jetzt kill den dingen auch wenn wegen diesem dreck sind weiter gesprungen bin? Sei froh, dass du noch einen Ruppapilz hast. Was? Wer hat meinen Koopa-Panzer gekillt? Meinen Koopa-Panzer. Ich hatte einen Koopa-Panzer. Scheiße, was ist das? Fuck, was ist das? Jetzt warte. Ja, warum sollte ich, wenn du nicht wartest? Ja, und du wartest nie. Du laufst einfach weiter, weil du... Ja, ich muss was gestiegen. Warte, ja, ja. Lauf los in die Kanone. One-up für dich. Die Sonne, Scheiß. Der war eine Scheißer! Oh, eine Scheiß. Jetzt muss ich mal diesen Asi killen. Hm. Aber dann nehmen wir aber auch die Pilze. Ja. Haben wir wieder drei. Ich hoffe, diesen Bosskampf wird leicht gegen die Eisbrüder. Jetzt haben wir nichts mehr. Gar nichts. Überhaupt gar nichts. Okay. Ach, komm mir! Ja! Du Kleiner! Ich habe auch nicht so viel Angst. Das muss ich dir loben. Okay, ist doch viel im Kind erreicht. Lass mal! Ich habe keinen Bock auf das. 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 Das ist halt nur das Geschissen. Welchen Geografielehrer hast du? Ich will den Namen nicht verraten. Hm. Das ist YouTube. YouTube. Ich habe einen... Ich war so toll und hatte einen Ding verloren, aber egal. Hauptsache, mir war es nicht. Ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn nicht. Ich kenne Geografie bei dir, den Lehrern nicht. Nicht, die kennen ihn nicht. Du musst eingrößern. Deine Schuhgröße ist so klein. Achso, ich dachte, ich spiele Mario. Ich kenne ihn auf. Martin ist eigentlich nur mit dem Mann ab. Guck mal her. Guck mal her. Guck mal her. Du musstest du kotzen. Jetzt muss ich aber nicht kotzen. Und ich verkacke... Jetzt warte. 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 Ja, ich sehe so süß aus. Wie ein Pinguin. Wie ein Baby. Au, au. Was machst du? Ich habe nichts gemacht. Fühl die Sache an. Warum sollte ich holen, wenn du mir was absockst? Echt. Du bist doch Toiletten. Ja, habe ich noch ein Epic Fell. Fels für dich. Bum. Warte. Wie gucke ich hin? Guck immer zu dir. Oh, die Sache. Wegsa. Die Halbzeit Flagge aktiviere ich. Hörst du ich? Okay. Ich nenne. Ich bin groß, ein Hurra, ein Pip-Pip, Hurra. Tauwetter, ein Tauwetter-Turm. Haha, das war wirklich Epic-Schutz. Nein, nicht kleiner Honk. Ach, du kleiner Honk. Ach du! Das heißt Punkt, du kleiner Punkt. Hier ist ne Hurra. Die ist doch mal unwichtig. Jetzt warte, warte, warte. Das ist so rutschig, so rutschig, rutschig. Die Eiswelt ist so geil, ne? Ich mag die. Das ist einer meiner Lieblingsfelder. Warte, warte. Jetzt rein! Jetzt rein, 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 rein! Ich werde das in den Gunkel gekühlt. Warte! Warte, scheiß. Ach, wie wichtig. Warte. Der sowieso in den Tod fällt. Jetzt. Ich brauche, ey, ich brauche erstmal Alte. Und nicht das hier. Ich nehm. Ach man, die muss ich erst in die Basse gegen Wurst getroffen wurde. Ich hab doch früher schon Alte getrennt. Weil ich höre jetzt nicht. Weil ich höre jetzt nicht. Ja. Scheiße! Nein, die krieg doch noch! Jetzt renn du! Ja, weiter! Ich bin angefroren! Ich will nicht da kommen! Du sagst, oh yeah, wie du in den Tod fällst, Mann! Jetzt warte bitte! Okay, okay, aber ich brauche einen One-Up. Bring mich nicht dazu, Punkte zu kriegen. Achas! Wie viele Level haben wir jetzt geschafft? 2, ne? Und wohl, wo war 2 Level? Du brauchst One-Up's. Ne? Du brauchst One-Up's. Aber ich brauche aber auch bisschen. Holet mindestens die 3er ab. Hallo, Tori! Tori! Aber ich will auch! Ich brauch auch. Komm schon, darf ich holen? Für mich nein! Holst du deine eigene? Ja, ich will auch deine eigene. Nicht, nicht, Kassa! Du sagst locker alle ab. Aha! Juhu, ich hab alle! Ja klar! Allein schon! Oh! Oh! Ein Mundhauflugschlösser. Ein Ein-Up. Hör mal! Ein Ein-Up! Nein! Warum machst du kein Pilzein-Gesetz, du? Du da! Woher soll ich's wissen? Du da! Ja, klar jetzt! Es ist so lebensmüde. Jetzt warte da oben. Warte! Ja komm doch! Nein! Warte, warte! Okay! Ich finde, ich finde! Warte schon mal da unten. Hey, die Sprungbretter haben auch Punkte gezielt. Eine 400, eine 200. Cool! Bereit! So, mit welchem Level sollten wir gleich machen? Im nächsten Part, okay? Ja, okay. Bis zum nächsten Mal! Ciao!